Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied. So, moin Leute, heute ist Feelings-Time wieder. Jetzt ist, wie spät haben wir das jetzt? Jetzt ist es 10 vor 4, das ist jetzt, was, was, was ist jetzt, warum muss ich jetzt um 10 vor 4 ins Studio gehen für eine Stunde Arbeit? Jetzt, weil es ist ja nur eine Stunde, ich habe eine eine Stunde Woche, ich habe es geschafft, aber trotzdem müssen wir effektiver werden, weil es ja für mich ist ja der Tag vorbei. Also der Tag davor ist erledigt und auch danach, weil ich kann ja nichts machen, wenn ich um 10 vor 4 hier anfange. So, da weiß ich schon natürlich nicht, wer kommt, aber ich weiß, jetzt kommt hier so ein junger Pupi, weißt du, der das Leben vor sich hat noch und der irgendwie erst um 15 Uhr aufsteht, weil irgendwie, weiß ich nicht, bis in eine Puppe wieder in eine Disco war oder Club, wie man Neudeutsch sagt. Und das ist bei mir, die Zeit ist vorbei. Am besten so Martinet-mäßig Podcast aufnehmen um 11 Uhr und dann nach Hause fahren, dann hat man noch alles vor sich, weißt du, ich bin echt aus dem Alter raus. Außerdem, ich bin heute mit Kochen dran, ich darf, also, die Folge ist, ihr werdet ihr zu Hause nicht merken, die Folge ist genauso lang, aber ich hab voll Stress, weil ich bin mit Kochen, ich muss, ich bin jetzt echt die letzten sieben Monate so wenig zu Hause gewesen, das ist, wenn deine Kinder zum Sie übergehen, weißt du, dann weißt du, jetzt musst du mal wieder hier slow down, jetzt musst du mal wieder zu Hause bleiben. So, also, das war das, äh, was hab ich noch? This is us, ich hab this is us wieder angefangen, hab ich schon mal gesagt, wa? Aber da war eine Szene, wo ich kurz sagte, ey Leute, ich bin raus, wollt ihr mich verarschen? Ich hab's erst Stunden später gerafft, pass auf, die Kinder werden fertig gemacht morgens von der Mutti, kriegen ihr Frühstück und alles, so, pass auf, und dann kommt Daddy, äh, äh, vom Joggen. So, ich hab's erst nicht gerafft, küsst alle Kinder nochmal, das eine Kind sagt, ey, geh weg, du stinkst nach Schweiß, und dann hab ich erst gerafft, sag mal, Kinder gehen um, sagen wir mal, um sieben, sieben Uhr dreißig aus dem Haus. Wenn Daddy vorher noch Joggen war, dann musst du ja, weiß ich, um sechs Uhr losgelaufen sein, und das heißt, der ist um fünf Uhr dreißig aufgestanden, was das für eine Welt. Ey, ich steh doch nicht um fünf Uhr dreißig auf, um noch vor dem Fortgehen der Kinder denn, äh, Joggen zu gehen, um mich dann noch anmahnen zu lassen, äh, hau ab, du stinkst nach Schweiß. Ähm, egal, das ist aber genauso wie in amerikanischen Filmen, Frauen immer morgens wach werden und, äh, ja, aussehen, als wenn sie drei Stunden beim Coeur waren, perfekt die Schminkze, und dann sagen, ach, ich muss mich erst mal fertig machen. Ist egal, das sind alles Sachen, die werden wir heute nicht lösen. So, jetzt, äh, geht es aber ab, jetzt kommt der junge Pupi, der, äh, äh, gestern noch einen draufgemacht hat, ähm, und weiß ich nicht, trotzdem in der Schule war, Hausaufgaben noch gemacht hat, und jetzt Gast bei Feelings ist. Ich hab die Maske auf, ach so, ich drehe mal auf Intro hier. Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nix. Naja, äh, eigentlich alles wie immer. Und nun, herzlich willkommen zu Kurt Krömer Feelings. Nein! Nikita, das ist geil! Ey, Leute, heute wirklich gekocht, ich bestell heute Pizza. Bitte solltest du hier schnell fertig werden, ich dachte, ich glaube, ich spiele. Hallo! Oh, das ist geil! Grüß dich! Darling! Da geht die Sonne auf. Das hoffe ich doch. Merkst du, dass, merkst du meine Laune, dass die Stimmung ist, das ist geil. Es ist manchmal, wenn ich scheiße draufgehe, bin, geh auf deine Insta-Seite, guck mir ein Bild von dir an und bam, geht's mir wieder gut. Oh, Schatzi, gut, dass ich nicht rot werden kann. Brauche ich direkt ein Wasser, brauche ich da direkt. Du siehst gut aus. Kriege ich auch ein Glas, ich trinke nicht aus den Flaschen, das sieht pervers aus. Wieso? Das sieht pervers aus, sag ich doch. Äh, was ist denn das jetzt für ein Move hier? Ich werde jetzt gerne ein Glas. Äh, Paul Thompson hätte gerne ein Glas. Irgendeine spezielle Farbe oder muss das eine Sektflöte oder muss das irgendwie Mund geblasen sein? Nee, ich bin ganz locker, ich bin nicht. Okay, wir warten. Gut siehst du aus. Dankeschön. Du warst mit Heidi jetzt am Start, wa? Da bin ich eigentlich zweimal im Jahr, du. Ja? Ja, das ist nichts Neues, seit neun Jahren. Achso. Nichts Neues. Lange nicht geguckt. Ja, ja, muss ja auch nicht. Top Models ist das, wa? Top Modell, jawohl. Top Modell, top Modell. Ich hab's ehrlich gesagt nicht oft gesehen. Überhaupt nicht schlimm, ich glaub, du hast mehr Sachen auch zu tun. So, das Glas kommt, erstmal die Frage, gefällt's dir oder sollen wir noch ein anderes Glas holen? Achso, mit dem Glas? Wir können noch jemanden ins KDW schicken. Ach, hör auf. Swarovski Glas. Nein, ich hab auch keinen Schmuck oder sowas, ich bin ja gar nicht so doll. Hast du nicht? Nö, irgendwie nicht, nö. So, Top Models, was machst du da? Dass du das immer noch gibst, gibt's das schon seit 50 Jahren, oder was? Ich würd sagen 18. Die Tochter war ja jetzt schon dabei, die ist 18, also muss 18 Jahre gehen. Die Tochter von Heidi? Jawohl. Mit Klümpchen, Lena. Leni. Sagst du Klümpchen zu ihr? Ja, klar. Wir hatten mal einen Direktor an der Schule, der ist Hut. Hut? Herr Hut? Ja, Herr Hut. Er gibt aber schlimmeren Namen, Hut geht. Ja, pass auf, und dann hat der Sohn übernommen und dann haben wir den Hütchen genannt. Och, scheiße, wie? Super autoritär. Hütchen. Komm, richtig klasse, Rüder. Nee, ich mach so Kurios. Vorher hat mich keiner gesehen. Wie die laufen, ne? Wie die da überall? Naja, wie nicht, sondern die müssen stehen bleiben, dann geht's da. Rechts, links, dann müssen sie noch was machen, dann müssen sie sich drehen, dann blablabla. Und dann wird die aufgeregt. Das würde ich auch gerne mal können, diesen Catwalk-Move da. Ja, das kannst du alles. Ja? Ja, klar. Dauert das lange? Du bist witzig, du bist ja lustig. Naja, die sollen nicht lachen. Die sollen denken, ey, was ist das jetzt für ein Woll? Achso, meinst du ernst, oder was? Ja. Meinst du ernst? Ich meine, du hast auch was getan mit deiner Figur, ne? Ja, aber... Siehst du sportlich aus. Fünf müssen noch runter. Hab ich auch. Also nicht müssen, sondern... Ich hab zehn Kilo zugenommen. Wie? Aber wo denn? An den Armen, am Pöppis, am Oberschenkel, am Bauch. Man sieht gar nichts. Ne, ich bin auch mal gut angezogen, ich weiß ja, was ich anziehen muss. Aber du hast jetzt nicht kaschierende Kleidung an oder so? Wie? Klar. Ich weiß, was ich anziehen muss. Du hast sie überhaupt nicht zugenommen. Zehn Kilo ist zehn Kilo, come on. Na, warum sieht man das bei dir nicht? Naja, weil ich weiß, was ich anziehe. Wenn ich 200 Gramm zunehme... Ne, ne, ne. Ey, hast du gelegt, warum? Ne. Wo wir uns gesehen haben, hast du gesagt, ich hab zugenommen, hast du selber erzählt. Weißt du noch? Ich? Ja, da hast du gesagt, boah, ich hab so viel zugenommen. Ich hab so viel zugenommen und abgenommen, dass ich gar nicht mehr weiß, wann es war. Also ich hab insgesamt, glaube ich, 125 Kilo abgenommen, weil, weißt du, fünf Kilo zugenommen, acht abgenommen, zwölf zu, weißt du, ich weiß es nicht mehr. Ist auch das Beste. Und jetzt war ich beim Arzt und der hat gesagt, ich hab Cholesterin, ist zu hoch. Ist aber kein Joke. Ne, ist kein Joke. Sollte man schon ein bisschen drauf achten. Und er sagte halt, es gibt Tabletten, die man dann nehmen muss, man muss Tabletten nehmen, um das runter zu, diesen Cholesterinwert runter zu pumpen, weil es Leute gibt, wo das nicht anders geht. Glaube ich irgendwie nicht dran. Und jetzt esse ich total gesund, seit Wochen, um diesen Cholesterinwert runter zu bekommen, damit der Arzt sagt, ey, ich hab mich viel Lohr, du musst diese Tablette nicht vergessen. Weiter so. Und was machst du? Was mach ich? Keinen Sport machen, genießen und noch mehr essen. Genau. Hast du ein Geschenk bei? Mhm. Natürlich hab ich ein Geschenk bei. So, oh, das ist geschenkt. Mhm. Hab ich auch schön eingepackt. Ich pack sonst überhaupt nichts mehr ein. Hab die Brille nicht aufs Zeitspapier? Ich bin so faul am Einpacken geworden. Ich hab früher so gern eingepackt. Und jetzt? Machst du einfach per Paypal? So ähnlich, guck. Mhm. Aber es ist Zeitungspapier, aber liebevoll eingepackt. Schon, ne? Oh. Ja, ganz komisch. Ich hab das Ding, was da drin ist, gekauft und jetzt passte das nicht richtig. Ein Brillen-Ed wie Rosa. Was ist das? Oh. Eine Brille in Herzform. Siehst du denn was, wenn du das jetzt draufmachst? Siehst du überhaupt gar nichts? Ich seh gar nichts, aber die ist geil. Schade, dass man, ich poste das bei Insta. Jetzt siehst du nichts. Ah, Schatzi. Und? Warte, ich bin dabei. Hast du die auch bei? Ja, klar. Ja, danke für die Brille. Gerne. Jetzt muss ich gucken, dass ich das weiterverwerten kann, dass meine Originalbrille da auch reinpasst. Nein, du musst ja die, sonst siehst du ja nichts. Ne, dass die da reinpasst. Das passt rein. Rosa Glitter. Warte mal, ich hab ne Frage. Ja. Warum heißt denn das hier Feelings? Fragen viele. Hat überhaupt keine Begründung. Das glaube ich nicht. Ach, Quatsch. Feelings. Warum nicht Gefühle? Gefühle? Gefühle. Ja, kann's auch mit J, sieht cool aus. Gefühle. Ne, das ist dann wieder so berlinerisch. Und? Wo sind wir denn? Ja, in Berlin, aber das ist so, äh, so dörflich denn immer. Ja, ich bin echt dörflich. Ich merke, ich vergesse das immer. Wieso bist du dörflich? Du bist auch in Berlin. Naja, okay. Ich bin schon lange hier, das stimmt. Seit 2003. Ich hab diese, ähm, diese, ähm, Lokalkoloride, so, denke ich immer. Hören ja auch Leute in München. Weißt du? Hast recht, hast recht, hast recht, hast recht. Dann googeln die nach, was heißt denn Gefühle? Aber ganz geil. Und dann steht da, naja, Feelings heißt das. Da steht dann nicht Feelings, da steht Gefühle. Gefühle. Und dann sprechen wir auch über Gefühle oder spielt das gar keine Rolle? Willst du über Gefühle reden? Klar, was heißt doch Gefühle? Also Feelings. So, was sind die Feelings? Was machen deine Feelings? Meine Feelings, ach, das ist immer durcheinander. Es ist jetzt Sommer, was machst du jetzt? Oh ja. Haust du ab oder bleibst du hier? Nee, im Sommer, jetzt bleib ich hier. Haben genug zu tun. Aber ich freue mich vor allem, dass einfach irgendwie das Wetter besser wird. Also das macht viel aus mit den Feelings. Das ist schon mal super. Ja, und da bin ich einfach froh, dass ich in Berlin bin auch. Finde ich ganz geil. Sommer ist geil, ne? Sommer ist so geil. Also das war jetzt echt lang. Bist du weg im Herbst dann? Haust du ab im Herbst, Winter und sagst dann, ich ertrage das nicht? Ab und zu ja. Kommt drauf an, wie es mir geht. Also letztes Jahr war alles beschissen. Da dachte ich, oh Gott, ich kratze ab hier. Und dann bin ich wirklich im Januar weg. Hast du viel zu tun gehabt? Mhm. Nichts zu Hause gewesen? Ich war nicht, im Januar war ich nicht zu Hause. Ja. Ich glaube, ich habe sieben Monate durchgearbeitet. Mhm. Wo ich so dachte. So ein bisschen Fille. Mit 18 wäre es geil gewesen. Jetzt denke ich so. Wird bis jetzt? 48. Mhm. Ja, ist ein bisschen doll. Wo ich so denke, die Interessen haben sich verlagert. Weißt du, dass ich jetzt so denke, ich bin da jetzt schon seit fast 30 Jahren dabei. Oh wow. Da kommt ja auch ein Schnäuert. Mhm. Sodass ich jetzt denke, ich will einfach zu Hause im Gartenstuhl liegen und mir einen Baum anblötzen. Aber ist geil. Bis einer kommt und fragt gesundheitlich alles in Ordnung und ich dann sage, nee, guck halt den Baum an. So, sieht's aus. Ich guck jetzt drei Tage die Birke an. Bin zufrieden, danke. Vier Tage lang die Kiefer. Ja. Und dann geht's. Aber du arbeitest immer noch viel. Allein Podcast, das ist doch schon was. Eine Stunde die Woche. Okay. Siehste. Zwei Stunden Woche. Really? Ja. Und sonst nicht? Lol. Und wo hast du gemacht? Lol ist ja vorbei. Ist vorbei? Ja, ja. Lol ist vorbei. Aber du machst so viel. Kannst du mir nicht erzählen. Ich hab so viel. Das alles, was du jetzt siehst, hab ich in den letzten sieben Monaten gemacht. Ich hab vorher arbeitet. Fleißige Bieten. Ja, aber dann ist es ja nicht nur eine Stunde. Das ist ja jetzt gut. Muss man mal runterkommen. Aber Tour fällt weg. Okay, ist aber auch cool. Dann bist du bei der Family mal. Ist auch okay. Ja, ich freu mich. Bei irgendwann sind die aus dem Haus und dann sagen die... Geht schneller, als man gucken kann. Hör ich immer. Ich bin jetzt 40, bin dein Sohn. Du warst nie da. Ja. Nee, ist doch geil. Wo hast denn du Urlaub gemacht das letzte Mal? Ich war in Thailand. Wo? In der Nähe von Phuket. Aung Nang hieß das. War nice? Ja. Ich liebe das. Na einfach... Also ich glaube, die ist ganz weit weg. Ich liebe Thailand, weil das ist wie so eine Meditationsplatte, das Ding. Das ist die Landschaft, das Wetter, das Klima, die Leute. Also die Landschaft ist Ciao. Find ich auch. Das ist... Leg mich da an den Straßenrand zwei Wochen. Kommt zu... Ja, das... Oh. Obstfein. Ja, genau. Ich esse zu Hause so gut wie nie Obst. Ich liebe Mango. Und du? Ja, geil. Aber nicht zu Hause. Nee, hier, nee. Aber da natürlich, klar. Immer irgendwie ein Shake, irgendwie immer Obst. Ich war jetzt surfen das erste Mal in meinem Leben. Surfen? Mhm. Richtig so... Richtig surfen. Vier Meter Welle und so? Na, vier Meter Welle habe ich nicht gemacht. So weit bin ich noch nicht. Aber ich habe immer Schiss gehabt. So, überhaupt so ins Wasser, so Ozean. Oha. Ja. Und da dachte ich irgendwie, das machst du, das machst du dieses Jahr. Und es hat echt Spaß gemacht. Es war wirklich was für ein Flash. Bist du so ein Action-Urlauber, der dann... War ich früher nie. Und da habe ich mir irgendwie so gedacht, ganz ehrlich, du fliegst irgendwie irgendwo hin und dann hängst du da und machst gar nichts. Das ist auch scheiße. Nein, das ist doch geil. Das ist doch gerade das Schöne. Nee, also... Zu Hause machen wir doch die Sachen. Ja, aber da gibt es, es gibt nicht so viel zu sehen zu Hause. Also, das ist ja schon krass, wenn du auf einmal tauchen gehst. Ich war vor drei Jahren tauchen. Da dachte ich so, wow. Habe ich noch nie so Fisch. Ich war, wow. Ja, schnorcheln mag ich jetzt. Wow. Krass. Fand ich ganz toll. Und dann dachte ich... Und dann bist du so jemand, der dann 14 Tage Urlaub macht und sagt, ich habe jetzt jeden Tag drei Stationen, da muss ich jetzt hin. Nee, drei Stationen auf gar keinen Fall. Das mag ich überhaupt nicht. Also, ich chill sehr, sehr gerne, aber so neue Sachen lernen finde ich auch cool. Ja, ist geil. Ich mich nie getraut habe, so Sachen, wo ich dann sage, komm, jetzt schaffst du es. Hast du die Ruhe hier. Eine Woche am Pool liegen, ist doch besser. Ja, das mache ich auch. Eine Woche am Pool. Aber am Pool nicht so gern, tatsächlich. Vielleicht gehe ich auch mal an den Strand. Strand finde ich schon super. Ich finde das geil. Ich höre das gerne auch. Das ist doch beruhigt. Wir haben doch so viel zu tun. Also, ich kann so Action-Urlaub nicht verstehen, wenn ich jetzt Beamter wäre und den ganzen Tag irgendwie im Büro hocke oder so. Dann würde ich, glaube ich, auch eskalieren, dass ich sage, jetzt mache ich alles. Aber bei unserem Beruf ist doch das Beste einfach, ey, ich lege mich jetzt eine Stunde hier an den Strand. Ja, eine Stunde, klar. Aber der Tag hat 14 Stunden. Hör mal. Ja, Krieg rum. Ja, nee. Essen. Ja, hatte ich auch schon alles. Essen, Trinken, Liegen. Ja, habe ich alles gemacht. Habe ich alles gemacht. Nacht, ein Kremen, den Lesen, Podcast, so. Geil, geil. Und dann surfen. Mach es ja morgens. Ist ja ganz nice. Sonnenaufgang und so. Sonst habe ich da schon mal geschlafen noch. Ja. Fand ich schon gut. War mal ganz ganz anderes. Ausschlafen. Und auch gute Leute. Auch wichtig. Ja, habe ich das auch mal gemacht. Ich habe immer Bock auf Urlaub gefühlt, muss ich schon sagen. Ganz komisch. Ich glaube nur, dass, ich denke dann immer, ob ich da leben möchte. Ob es mir denn besser gehen würde oder ob das immer so eine, ob das ganz gut ist, eine Sehnsucht zu haben, dass man sagt, oh, ich würde gerne, weiß ich nicht, in Thailand leben. Ich glaube, eine Sehnsucht zu haben ist sowieso was Tolles. Ja. Ich weiß nicht, ob man, es ist ja schon so, dass man irgendwie sehr seinen Takt hat und man dann auf einmal doch woanders lebt, dass man doch die Dachen vermisst, die man zu Hause hatte. Also ich glaube, das ist schon krass. Das ist gut zu werden. Ja, aber das dauert mir zu lange. Also ich merke das schon bei mir. Die Deutschen, die im Ausland leben, mit den Handwerkern. Er hat gesagt, er kommt morgen. Er hat gesagt, er kommt morgen. Manjana hat gesagt, aber dass Manjana nicht nur morgen heißt, sondern morgen, morgen oder übermorgen. Manjana heißt ja eigentlich in der nächsten Woche vielleicht. Sorry. Weißt du? Könnte. Er hat gesagt, er kommt. Könnte, wenn ich Bock habe. Wenn du mir Vorschuss gibst. Aber ich denke immer, wenn ich irgendwo im Urlaub bin, hier bleibe ich für immer. Habe ich auch. Dann gehe ich hin. In jedem Urlaub war das bei mir auch so. Das war mir auch echt heftig. Ey, hier wohne ich. Jetzt mache ich Spaß. 14 Stunden. Ich kann da 14 Stunden fliegen. Ist ja ja. Denke ich auch. Man braucht ja nicht so viel. Weißt du? Man braucht ja nicht so viel. Es wird jedes Mal. Aber ist auch geil irgendwie. Aber in Bali, da habe ich jetzt schon echt viele Deutsche getroffen. Ist das so? Mhm. Aber die Deutschen sind ja überall. Ja, super. Die Deutschen sind. Das stimmt schon. Ich glaube, wenn wir auf den Mond fliegen würden, würde einer sagen, hier, ich habe da hinten eine Laube. Guck mal, Deutschflagge. Alaba. Schon abgesteckt hier. Ich habe schon hier einen Gartenzaun. Ich habe alles abgesteckt. 30 Quadratmeter Laube auf dem Mond. Und noch ein, wie heißt das, nicht Decke, sondern irgendwas hingetan, damit keiner andere reinkommt. Laumpieper. Kennst du Laumpieper? Ne, noch nie gehört. Laumpieper ist so, das sind Laumgrundstücke, sind ganz viel in Berlin. Das sind so Häuser, die haben so 30 Quadratmeter, 50 Quadratmeter Gartenfläche. Ja, aber auch nice. Das ist so eine Siedlung von Friedrich, den Großen, glaube ich. Der hat gesagt, jeder in Berlin sollte die Möglichkeit haben, selbst was anzubauen. So Kartoffeln und so. Und das ist mit rüber gerettet worden. Das ist ein guter Move. Und ist eigentlich geil, wenn nur diese Regeln. Hast du das? Nein. Du hast einen Garten. Das ist diese Regeln. Da gibt es dann so Vorstandsvorsitzende, Gartenlauber-Piepen-Verein-Präsidenten. Regeln mögen wir. Und die Hecke zum Beispiel darf nur einen Meter hoch sein. Und du musst dann gewisse Sachen anpflanzen und so. Und da bin ich dann raus. Oh wow. Dann denke ich so, nee, lass mal. Lass mal lieber. Aber das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, um rauszukommen, wenn man in der City wohnt, Na, aber ich glaube nicht. So, wenn du älter bist. Also noch älter als du. Kommt ja bald. Vielleicht werde ich Laumpieper. 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 Soll ich hier Dingens sonst hier in Nordrhein-Westfalen nennen wir es anders? Na, gibt es auch Laum. Ja, ja. Aber wir nennen es auch. Kleingartenkolonie. Kolonie, wow. Wow. Stimmt, heißt Kolonie. Wow. Nicht schlecht. Heißt Gartenkolonie, ne? Schön. Stimmt. Toll. Ja, krass. Da sind noch so ein paar Sachen übrig, ne? Ja, ein paar mehr. Ja. Was gibt's Neues an der Front? An der Front, an welcher? Ich hab mehrere Fronten. Ja, wie weit ist Deutschland mit so, das fällt mir jetzt gerade auf, es heißt Gartenkolonie. Man kann ja stolz sein, ne? Ich mein. Dass die Leute wach werden. Dass man Kolonien hat. Ne, dass wir zum Beispiel dieses Wort ändern und sagen, vielleicht sagen wir Nordrhein-Westfalen auch laufend über. Was dürfen wir eigentlich überhaupt noch sagen? Ja, alles. Ja? Ich finde alles. Ich finde auch. Ja. Krass. Aber das machst du ja gut. Bitte? Du sprichst ja sehr viel darüber und sprichst auch Leute an. Das mag ich. Ja. Finde ich richtig gut. Ja, und trotzdem lerne ich auch noch, ne? Ja. Alle. Ich auch. Ja. Vieles wurde uns ja gar nicht beigebracht. Das haben wir ja gar nicht mitbekommen. So Kolonialzeit, Schule, gab's nicht, ne? Kurz. Kurz. Ein paar Sachen drüber geholt. Wann? Ein paar Tiere, ein paar Menschen, ein bisschen Obst. Wann war das? Wann in der Oberschule, war? Ja, ein bisschen Obst, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Obst. Ja. Da werden wir jetzt erst wach, ne? Genau. Das ist so krass. Ja, ja. Aber es ist geil, weil sich alles sensibilisiert. Das finde ich so geil. Ja. Dass jeder irgendwie sagt, pass mal auf, mich nervt das und das auch und ich spreche das jetzt an. Ja. Wo man früher gesagt hat, nee, interessiert jetzt die breite Masse nicht. Das gehört sich so. Ja, das ist so, dass wir jetzt alle in so Bubbles leben und jeder einfach sich hinstellt und sagt, jetzt rede ich darüber. Finde ich gut. Ja. Nur so kommt ja irgendwie auch ein Gespräch zustande und vielleicht auch das Verständnis. Und wie lange dauert das? Ich glaube. Weil das ist wirklich so eine Zeit, wo sich Sachen, also wo sich Menschen sensibilisieren und sagen, das und das und das und das haue ich jetzt mal auf den Tisch. So, wir haben jetzt da gefühlt 150 Sachen, 150.000 Sachen auf dem Tisch irgendwie, die wir jetzt durchgehen. Ja, aber Veränderung braucht Zeit. Ja. Slow and steady up the hill. Ist das für die nachfolgende Generation denn oder erleben wir das noch? Ich glaube nicht, dass wir alles erleben, aber wir erleben schon einiges, ne? Also, man kriegt ja schon mit, wie Sachen sich verändern oder verändert haben bei unseren Eltern, was die für normal gesehen haben, was man selber denkt, so, was? Wer auch Bock auf Veränderungen hat und wer sich damit schwer tut und wer sich dagegen verschließt und sagt, nein, davon will ich jetzt nichts mehr hören. Genau. Punkt aus, basta. Ich sag das jetzt so. Ja. Oder Leute, die man, also die so ein Stück gehen und dann aber sagen, na, jetzt reicht's aber. Weißt du, jetzt nehmen sie uns auch noch Winnetou weg. Das ist jetzt Schluss. Oh, Chatterhin, hören Sie. Habe ich immer gerne geguckt. Ja? Ich habe es auch geguckt. Ich habe es nicht gelesen. Ich dachte auch so. Da haben wir im Fernsehen immer. Spielt euch jetzt mal nicht so auf. Meine Generation hat es nicht gelesen. Ja, die Winnetou-Filme. Genau. Daran kann ich mich ganz gut erinnern. Mit Lex Barker und Pierre Brice. War aber häufig. Ja. Ja, aber es ist geil, dass du, man kann zugucken, dir geht's leichter mit dir nicht. Bei Kollegen merken ich das auch so, die sagen dann auch, ja, man kann ja gar nichts mehr sagen. Also man kann eigentlich comedy-technisch gar nicht mehr auftreten. Wo ich auch denke, ja klar. Aber gerade in der Comedy kann man doch so viel machen daraus. Ja, klar. Also du kannst ja genau darüber sprechen irgendwie. Ich würde mich erst mal auf die Bühne stellen. Also ich mache das in meinem aktuellen Programm gerade. Also man darf nicht mehr sagen, was man denkt. So, das ist doch gut. Weißt du, und dann frage ich die Leute, ja, was darf man denn nicht sagen? Boom. Das ist eine große Hofpause, dass man so sagt, dass ich sage, dieses man darf nicht mehr sagen, was man denkt, ist eigentlich das neue Scheiße, man darf sich gar nicht mehr rechtsradikal äußern. Weißt du? Weil... Jetzt darf ich das N-Wort nicht mehr sagen. Was darf man eigentlich sagen? Die sagen das auch selber zu sich. Ja, aber alle, also wenn man dieses, man darf nichts mehr sagen, also das, was da so im Raum steht, sind eigentlich das Rechtsradikale. Ja, aber oft ist es ja so, dass man sich nicht als rechtsradikal sieht, weil man die Springerstiefel nicht anhat. Also das ist ja immer noch so ein Bild. Und es gibt aber tatsächlich Dinge, die einfach mit der Sprache und genau, wenn man jemanden verletzt, aber das meine ich ja gar nicht so. Ja. Na und jetzt? Ist ja egal. Das war egal, was du meintest. Ja, als wenn ich dir eine reinhaue und sage, der wollte ich ja nicht. War doch nett gemeint. Also das ist ja bei uns gang und gäbe, dass ich dir eine reinhauere. Das hat man früher auch so gesagt. Na ja, war ja mit Schlagen so, ne? Kleiner Klapps auf den Po hat noch nicht geschadet. Hast du einen Lieblingssong? Einen Song? Mh, Lieblingsmucke. Also was du gerade so hörst. Wo du sagst, oh, das feiere ich oder da komme ich runter. Ich habe gerade, ich habe bei Spotify und habe so Listen. Da bin ich nicht veröffentlicht, sondern so für dich, ne? Nee, für mich, ja. Für den Marcher. Und da ist, also ich habe musikalisch, höre ich Alet. Was heißt denn Alet? Alet heißt so, ich drücke irgendwie drauf und bei Spotify finde ich es geil, dass du diese Stimmung hast. Du hast so eine Stimmung. Kennst du diesen Dagobert? Dagobert, natürlich. Geil, den habe ich gerade entdeckt. Wie? Den gibt es ja schon seit 100 Jahren. Ja, ich bin auch nicht 100. Der war bei mir in der Sendung damals. Ich glaube, Late Night Show. Nie wieder arbeiten. Ich finde den ja so knallallend. Macht der noch Musik? Also ich weiß nicht, ich kenne nur diesen einen Song und dachte, was ist das denn? Muss ich direkt Shazam? Und ich so, Dagobert, geiler Name. Dagobert, ja, ja. Wow. Habe ich ewig nicht mehr gehört. Richtig geiler Song. Schweizer. Mhm. Genau. Der hatte seinen ersten Auftritt bei mir. Toll. Echt gut. Mag ich. Weiß ich noch. Der war total aufgeregt. Der war in meiner Sendung und dann habe ich gesagt, das wird schon. Das wird schon. Und dann war ich auch aufgeregt, dass ich dachte, ach du Scheiße. Ansteckende Aufregung. Weißt du, naja, wenn das jetzt der Auftritt bei mir ist, wo er dann in 30 Jahren sagt, das ist der schlimmste Tag in meinem Leben, als ich bei diesen Knut Knödel war. Weißt du, und davor verkackt habe und er hat mich mit einer Arschstelle auch nicht angeguckt. Deswegen dachte ich so, ich gehe mal hin und versuche ihm die Angst zu nehmen. Oh Mann. Hat aber gut funktioniert. Ja, ist so. Ja, Dagobert, geil. Mhm. Ja, ich höre Dagobert. Haha. So, jetzt habe ich natürlich, bin ich natürlich voll, habe ich mich voll ins Fettnäpfchen gesetzt wegen dieser Heidi Klum-Geschichte. Ach Quatsch. Bin ich doch gewöhnt. Kann ja nicht allen gefallen. Hatten wir bei Schee Krömer darüber geredet, mit dieser Flugzeugaktion, die du bei Joko und Klaas gemacht hast? Nee, ich glaube nicht. Ey, war so krass. Das war wirklich krass. Also allein, mal gucken, meine Hände werden weg. Das war alles echt. Ja, also, ja, ich bin wirklich aus dem Zug rausgesprungen. Also, das Ding war, für die, die es nicht gesehen haben, den Fallschirm, der wurde vorher in Benzin getränkt, er wurde in alles getränkt, was irgendwie leicht entzündbar ist. Mhm. Und dann bist du aus dem Flugzeug gesprungen, der Fallschirm ging an und dann hast du mit einer Leuchtpistole, das war dann halt so macht nach dem Abspruch, in diesen Schirm geschossen. Ja, es war halt irgendwie so, dass ich angefragt wurde, man kriegt ja auch eine E-Mail, ne, mein Team so und Nikita, hast du Bock, da und da mitzumachen? Ich so, aber was ist meine Challenge? Ja. Die so, ja, keine Ahnung. Musste dann vor Ort, sag ich, nee, also wir haben hier jetzt Corona und ich würde gerne in den Urlaub fliegen und nur wenn ich ganz weit weg darf mit meinem Team, wir sind zu drittens zusammen, so, dann ist schon der Flug übernommen, bin ja schlau, dann mache ich das, weil dann können wir nochmal da Urlaub machen. Ja, aber da hättest du so sterben können dabei, dann wäre der Urlaub beendet gewesen. Ich wusste ja nicht, was kommt. Wusstest du nicht? Du weißt ja nicht, was kommt, das ist ja nicht so, dass du jetzt hier sagst, ach, ich hätte jetzt können, das, das und das. Na, würde ich so machen. Ja, vielleicht kriegst du das, weil du dich da durchsetzt oder so, aber ich wusste wirklich nichts und dann... Du wusstest nicht, dass du da rausspringst und da durchspringst? Die Arschloch-Challenge heißt das dann, hatte ich. Vor Ort? Wo war das nochmal? In Mexiko. Wo denn auch der Präsident ist, der neben dir gelandet? Nee, das war nicht ganz so. Der sich dachte, ach Gott, ja, die Deutschen sind wieder da und die schießen halt hier mit Leuchtpistolen. Das war schon, das war wirklich krass, weil, die sind ja so in Militäroutfits, ne? Und dann, wenn da so 50 Typen ankommen, denkst du, okay, was ist jetzt los? Hilfe, was haben wir falsch gemacht? Aber die haben nur alles abgesichert schon mal, weil der Präsident kommen sollte noch. Ja. So, und ich habe das dann alles gemacht mit so Amerikanern, die auch so die ganzen Stunts machen. Das ist ja total sicher. Also, ich hatte schon ein bisschen ein sicheres Gefühl, weil ich das Gefühl habe, okay, Fernsehen ist dabei, da habe ich hier die Superprofis und ich hatte irgendwie auch so Bock, irgendein Schockerlebnis zu haben. Ey, ich hatte mir in die Hosen geschissen. Das war, passte genau zur richtigen Zeit. Das muss man auch dazu sagen, das hat ja gar nicht funktioniert erst. Ja. Du hast da was. Ich habe da geschossen und so. Wie ein Amok-Läufer hast du da reingeschossen, denn ging das nicht, denn bist du gelandet. Gut, die ganze Challenge hat überhaupt nicht funktioniert und dann saßt du, ach komm, machen wir nochmal. Ja, weil jetzt war ich natürlich auch... Ey, spätestens da hätte ich doch gesagt, ich schieße mir mit der Leuchtpistole vielleicht in den Mund rein oder so, weißt du. Nein, ich war ganz woanders. Dann ist die Challenge hier vorbei. Nee, ich war, vom Kopf her war ich so, da hatte ich einen anderen Link-Kick, aber so richtig. Ich war ja gerade angelandet, ich so, oh mein Gott, ich habe es geschafft und jetzt habe ich es doch nicht geschafft. So, da kam die Wettkampf, Nikita. Da war ich so, jetzt komm, direkt nochmal hoch, komm, lass nochmal machen, komm. Also, als die dir das erklärt haben, dass du das und das jetzt machen sollst, hast du sofort gesagt, also bist du sofort aufgestanden, hast du gesagt, okay, wo ist der Flieger oder gab es dann dazwischen drei Tage Schnitt, wo du gesagt hast, also ich rufe erstmal meinen Arzt an und frage mal, ob das hier alles zu gesund ist. Und so, du kannst auch nein sagen. Klar, die haben schon mit mir geredet und meinten so, die haben gedacht, ich mache es nicht. Und irgendwie habe ich gedacht, ich bin gerade so, da wo ich war, in meinem Leben, habe ich gedacht, ich bräuchte jetzt sowas, um mich da woanders abzulenken. Und das war perfekt. Pfff, war wirklich perfekt. Es war wirklich tschüss. Tschüss. Hast du schon mal was Krasseres in deinem Leben gemacht? Also nicht so aktivmäßig, ne, so was Aktivitäten angeht, ne. Er kennt meine Hosen, die schissen, Nikita gefragt, seid ihr bescheuert oder was? Hab ich auch gefragt, aber irgendwie hatte ich dann, ich hatte echt Bock. Ich hatte dann doch Bock. Aber ich wollte schon mal mal irgendwie irgendwo rausspringen. Und damit läuft das nicht. Aber nicht alleine irgendwie so. Ja, so ein Tandemsprung. Ja, Tandem, aber dann auch noch so mit so irgendwie, weißt du, so Schutz, da war ja schon nichts. Und ein Mann heißt eine Frau, die das schon 50 Jahre macht und so, weißt du, ich hab schon tausend Flüge gehabt, so, so was. Eventuell. Drei Leute mit rausgesprungen, also man hat sich schon irgendwie so, man wusste, okay, die achten profimäßig. Also Bungee-Jumping oder so, da hätte ich jetzt keinen Bock zum Beispiel. Ja. Weiß nicht warum. Aber es war schon ein krasses Gefühl von, erst mal ich sterbe und dann so, oh mein Gott, ich bin frei. Ja. Danach hast du aber, bist du ein bisschen breiter gelaufen, wa? Nee, ich hatte tierische Ohrenschmerzen und hab erst mal gedacht, also erst, aber ist auch krass, ne, wenn die Kameras dann aus sind, dann bist du erst mal, kommst du erst mal runter. Warst du geweint, wa? Ja klar, meine Ohren. Ich war so, gäh, was ist denn jetzt los? Vorher so, ach geil, geil, alles geil und dann so, mein Gott. Und dann haben die Amis mir so Tropfen gegeben und dann ging's. Dann waren die Schmerzen so nach einer Stunde weg. So ein Trip oder was in den Ohren? Nee, ich weiß nicht, was das war, es war beruhigend, auf jeden Fall, der Trip war der Sprung. Ich krieg richtig Herzrasen, ich krieg, äh, ich atme, ich atme schwer, weil ich jetzt denke, ja, äh, du bist morgen dran. So, wir haben was vorbereitet. Na, kannst du immer wieder nein sagen. War ja freiwillig. Am besten fand ich Sido, der auf dem Esel im Kreis hier raufen ist, musste kiffen. Oh, in Jamaica auch noch. Kiffen und saufen. In Jamaica. Genau. Und die Challenge war auf dem Esel im Kreis. Wow. Ohne runterfallen. Wow. Das hätt ich vielleicht auch gemacht. Also, das hätt ich auch gemacht. Und dann hat er bei Kiffen nicht und ich trinke sowieso nicht mehr, weißt du? Voll die Challenge. Ponyreiten. Geil. Geil. Ich glaub, die sind befreundet. Das hört sich so nach einem freundschaftlichen Deal an. Niemals im Leben. Hast du das eingesehen, wo die Frau durchs Den-Eis-Kanal geschwommen ist? Oh mein Gott, das ist ja ja nicht so. Reingesprungen und dann war da ein Seil. Ja, alles was zu ist. Da waren noch Taucher, die haben aufgepasst. Da zieht die an dem Tau und lässt los. Und ist von diesem Tau weg. Und da waren ja nur zwei Löcher, überall Eis. Hätt ich nicht geschafft. Also, das hätte ich mich voll eingeengt gefühlt. Und sollte dann, also die ist dann wieder rausgekommen und sollte dann singen. Wow. Charlotte war auch hardcore. Was war, was war nicht? Hinten Piercings am Rücken. Naja, Piercings hört sich ja ganz niedlich an. Das war ein Fleischerhaken. Da komme ich mir schon echt weniger verrückt vor. Das war, ich hätte gedacht, die zieht die Haut mit ab. Ne, das war krass. Also die meinten auch, die Mädels sind alle ein bisschen loko. Also allein den Fleischerhaken dir durch den Rücken zu pieken. Da wäre für mich so die Challenge schon erreicht. Ciao. Weißt du? Dann sag ich mir zu eitel, da gibt es Narben. Naja, hinten geht ja noch. Trotzdem, nee. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Aber wenn ich dir mit einem Fleischerhaken da, wenn ich da nur ein bisschen dran ziehe, dann ziehe ich dir doch die Haut ab. Hat geklappt, die lebt. Ja, aber wir haben lange nichts mehr gehört von ihr. Das stimmt. Eiskalt durchgezogen. Und was machst du so Verrücktes? Weiß ich nicht. Vom Bordstein springen auf einem Bein oder so. Das ist für mich die Challenge. Aber ich glaube nicht, dass mich da einer nach Mexiko fliegt für das Ding. Das Leben ist Challenge genug, oder? Komm, sagen wir mal ehrlich. Aber es macht halt Spaß beim Zugucken. Also geschrien habe ich wie am Spieß, ganz klar. Also das ist schon krass. Aber geil. Ich wäre ohnmächtig geworden. Ich hätte mir erstmal einen Assistenten mitgenommen, der gesagt hat, pass auf, schieß du denn rein. Ich werde hier ohnmächtig. Weißt du? Airpods rein, schöne Tücher. Aber ich hatte auch was zu tun. Ich musste ja auch so einen Haken rausholen und so. Und dadurch, dass ich was zu tun hatte, war ich natürlich voll fokussiert. Würdest du das nochmal machen? Ich glaube nicht. Nee, war? Nein. Jack-Ass mäßig ist das auch ein bisschen wahr. Das habe ich auch sehr gerne geguckt. Das habe ich auch geguckt. Das war geil. Krass. Da gibt ja jetzt diesen... Der ist doch wieder auferstanden. Die haben das nochmal gemacht. War ganz lustig. Da siehst du den Nox... So ein Film, oder was? Ja, ja. Also die Crew kommt nochmal zusammen irgendwie. War ganz lustig. Siehst du, Nox will irgendwie am ersten Tag so schwarze Haare. Komplett schwarz. Weißt du, ist ja jetzt auch 50. Geschwärbt. Einen Tag später graue Haare. Wo er sich gesagt hat, nee komm, lass weg. Wie sieht das denn aus? Ich stehe dazu. Ich bin jetzt 50 Jahre alt. Ich habe graue Haare. Es war so lustig. Weil ich so dachte, alles klar, Diggi. Du wirst auch gut alt. Hast du schön reflektiert? Ja, aber gut. Ist gut, dass du durchgezogen hast. Warum nicht? Keiner wird sich lustig machen über dich. Und wenn. Auch scheißegal. Aber da dachte ich dann auch, also ich möchte damit jetzt nicht ausschließlich mein Geld verdienen. Ich habe heute gehört, du kochst. Ja, aber da bin ich ja nicht am Limit. Nö. Zieh mir gerade nur so ein. Da fang ich ja nicht an zu weinen, wenn ich fertig bin. Wer weiß, weil es so geil war. Leute, hebt mir Tropfen in die Ohren. Ich habe den Lachs fertig. Weißt du? So weit. Er kriegt richtig mit der Pumpe gerade. Haben ja noch andere Talente. Ja. Man geht gerne schwimmen und so. Schwimmen? Ich fiel mir gerade so ein, ja. Hier ist du schwimmen in Berlin? Mhm. Wo denn? Sag ich dir nicht. Na ja, kommen die Leute, du kommst mit dem Schwimmen. Ja, aber jetzt im Schwimmbad oder was? Aber ich habe Brücken. Die haben doch nie offen. Ich habe Brücken. Ich glaube doch. Na, ich habe immer, dann ist Senioren schwimmen, dann ist irgendeine Schulplatte da am Schwimmen. Ist doch okay, Senioren schwimmen ist super, da geht mir keiner auf den Kitz. Nee, da kommst du ja nicht rein. Ach so. Die sind ja dann da, die regeln sich ja ab. Oh wow, das habe ich noch reingehört. Ich würde gerne, doch, ist wirklich so. Dann ist Seepferdchentag, dann ist Renovierung, dann ist die Decke eingestürzt. Kommt doch mal an, wo du wohnst. Es ist Wasser vergiftet, nee, überall. Früher in Neukölln habe ich auch mal schwimmen gegangen. Na ja, Stadtbad Neukölln. War nicht super. Da konnte man auch baden gehen. Das war gerne für eine Mark. Aber eine Mark, wann war das denn? Zu meiner Zeit, Nikita. Da konnte man baden. Ich war auch hier im Spreewaldbad, da war Eintritt auch eine Mark und dann war ich da mal duschen. Draußen? Nee, drin. Und dann habe ich meine ganzen Kollegen getroffen. Weil wir natürlich, wir hatten keine Kohle für Heizung und für Kohle und so. Und dann haben wir uns mal beim Duschen getroffen. Schön. Hört sich auch an, als wenn ich schon 400 Jahre alt bin, war ich? Mittelalter, ich habe mir eine Kutsche genommen. Nachspeicherheizung. Mit der Kutsche werde ich nie fahren, wenn wir uns die waschen am Fluss. Was? Mit dem Rauchen war nichts, ne? Hobby. Ja, aber danach hast du, puh, hast ja gehustet. Das ist lustig, weil genau jetzt wollte ich eine rauchen. Oh. Willst du wieder, ne? Na, mit dem Husten ist ein Virus anscheinend. Halt mir ein Virus angefangen. Weißt du? Nee. Das würde jetzt nicht am Rauchen liegen. Doch, 190 Prozent. Doch. Ich bin sicher. Weißt du, meine Logik ist doch, dann hätte ich das doch immer. Also auch die Logik meiner Mutter. Wir machen jetzt mal den Test für auch die Leute, die zuhören. Ich rauche jetzt noch eine und ihr werdet sehen, ich werde nicht husten und dann ist damit bestätigt, Rauchen ist gesund und man lebt ewig. Ich bin gespannt. Ich habe das Gefühl, du wirst wieder husten. Ne, glaube ich nicht. Oh, das macht schon das Kacke. Ne, mach ruhig. Ne, das ist blöd. AMSR machen wir dann. Hm? AMSR. Was da dann? Kennst du nicht? Ne. Wenn die Leute, also vor dem Mikrofon, ganz dicht ans Mikrofon gehen und dann essen. Und die Geräusche, die du dann dabei machst, da füllen andere Leute stundenlang Podcasts mit. Wow. Kennst du nicht? Die essen dann eine Stunde. Geil. Und dann machen die Kohle dann. Es gibt so eine Frau, die isst dann auch so Fleisch und so. Sieht man die? Und dann irgendwie Fisch. Also man sieht die Frau und dann schmatzt sie da rein? Ja. Oh. Und so eine ganz tierliche Frau irgendwie, die dann isst und man denkt. Das ist so sexy dann so. Also ich finde es jetzt nicht so sexy. Sexy, weil ich bin immer kurz vorm Kotzen, weil die sich wirklich alles dann reinsteckt, was der Markt hergibt. Aber ich weiß nicht, ob das ein Fetisch ist. Das ist ein Fetisch. Hört sich so an. Ich weiß nicht, ob das so was ist wie, ich hab jetzt alle Folgen von die drei Fragezeichen durch. Und wie heißt das? A-M-S-R. Ich weiß ja nicht, was das ausgesprochen heißt. A-S-R. Was hab ich gesagt? A-M-S-R. A-S-M-R. Gibt alles. Ich mein, gibt alles. Stunden lang. Und die Leute hören das dann zum Einschlafen. Wahrscheinlich. Oder beim Sex. Ich weiß ja nicht, ob das ein Fetisch ist. Weißt du? Es hört sich an wie ein Fetisch. Meinst du? Wie ein Witze, der beim Schmatzen zuhören. Wurde dich das erregen, wenn ich jetzt hier ein Fleischbrötchen esse? Nicht. Dass du das sagst? Also sowas hab ich ja in meinem Leben noch nicht erlebt. Aber es gibt ja alles. So wie du auch schon gesagt hast, das ist eine ganz zierliche, die ist dann ganz viel. Was darin der Fetisch ist, dass die kleine zierliche Frau da ganz viel ist. Ich glaub, alles wäre es wahrscheinlich dann geil. Jeder hat ja was anderes, was er gut findet wahrscheinlich, ne? Ja, es gibt alles. So. Ich glaube, wenn wir uns jetzt das perverseste, was wir uns in unserem Kopf vorstellen könnten, im Internet eintippen würden, gibt's dazu ein Porno. Ja. Schwör ich dir. Ja. Ja, glaub ich auch. Das war damals wirklich anders. Da hatten wir auf dem Schulhof eine Pornokassette, VHS, die ging denn rum, weißt du, da haben dann irgendwann 6000 Jugendliche gesehen, irgendwie war Ding durch. Also in unserer Welt gab's ein Pornofilm. Unsere Jungs sind schon aufgeflippt, wenn wir den Otto-Katalog da hatten. Stimmt. Dann hatten wir diesen Otto-Katalog tatsächlich dabei. Die Wäscheseite, was? Ja. Ja. Stimmt. Wow. Otto-Katalog. Otto-Katalog. Unterwischen Models. Das ist ganz schön süß. Das ausgedruckte Amazon quasi. Ja. Du wusstest gar nicht. Ja, siehst du? Weil es ein Virus ist. Die Kartenvirus mir eingefahren. Alle Raucher so. Hat die keinen Plan? Die Kette eigentlich steht gerne so wie bei Helmut Schmidt, wo der Arzt zum Schluss gesagt hat, Herr Schmidt, hören Sie bloß nicht auf zu rauchen. Ihr Körper macht das nicht mit. Ja. Das ist halt meine Mutter. Der gesagt hat, Sie müssen weiter rauchen. Meine Mutter ist 83. Die sagt, die muss weiter rauchen. Sagt sie das oder ihr Arzt? Sie sagt auch ihr Arzt. Also die kommen ja auch mal mit dem Arzt. Warst du dabei, als der Arzt deiner Mutter gesagt hat? War ich nicht dabei. War ich nicht dabei. War ich nicht dabei. Aber ich glaubte ja schon, dass er das gesagt hat. Die hat bestimmt irgendwie das so eingefehlt, dass er das sagt. Ich glaube, dafür bin ich dann doch noch zu jung. Ja. Glaub ich auch. Ich will mir diese Spritze geben lassen. Es gibt doch dieses Seminar, was man mitmacht. Was es alles gibt. Zwei Tage Seminar, dann kriegst du zum Schluss eine Spritze, wo ich mich schon sehr drauf freue. Wo ich nicht weiß, was da drin ist. Aber im Hof hat ein geiles Zeug muss ja da drin sein. Und dann? Soll man eventuell aufhören zu rauchen? Aber erstmal checken, was in der Spritze ist, oder? Ja. Wenn es geil ist, war es einfach geil. Weißt du? Dann raucht man halt immer noch. Aber du warst halt da, hast irgendwie was Geiles dir geschossen. Habt Geld ausgegeben? Ja. 200 Euro, glaube ich. Was? Da denke ich dir manchmal schon. 100 Euro am Tag? Das ist doch teurer, sowas. Und du bist dann halt Mitglied bei Scientology. Schön. Hast du neue Freunde. Na? Hör uns. Mich hat so ein Guru eingeladen. Ich soll irgendwie nach Paris fahren, der tritt da auf. Hast du das auch bekommen? Nee. Irgend so ein indischer Guru, wo ich dachte, das ist doch... Wer? Wer? Sag mir mal einen Namen. Ich weiß es nicht. Aber wenn du den eingibst bei Google, hast du sofort daneben Osho. Weißt du, da gibt es doch bei Google immer, wird auch gerne gesucht. Und dann dachte ich so, was ist denn jetzt los? Gibt ja viele Gurus. Manche sind doch bestimmt echt. Manche sind doch vielleicht gut. 100 Euro. Aber wäre das eine Option für dich gewesen, wenn du jetzt 1900, wann war das? 65? Sag mal, du warst da zu der Zeit bis irgendwie 20, 25, dass du eine Sekte gegangen wärst? Ich war ja Leistungssportlerin. Das ist ja auch so ein bisschen säckenmäßig, finde ich. Und gerade wenn du nicht beliebt bist. Ich war also unbeliebt als Jugendliche. Könnte, hätte, kann passieren. Kann passieren. Aber meine Eltern waren irgendwie schon so Helikopter-Eltern. Dementsprechend glaube ich, das hätte dann passieren müssen, wenn ich so mit 16, 17, wo ich ausgezogen bin. Wenn man so ein bisschen lost ist und denkt, man hat es drauf und dann trifft man die falschen Leute. Dann kann das passieren. 100 pro. Ist so, wa? Ja klar. Ich würde nämlich auch nicht sagen. Nee, ich würde das nicht machen. Nee, das kannst du so nicht sagen. Ich weiß nicht. Das sind nicht dumme Leute. Es ist einfach so, wenn irgendjemand stirbt und du bist alleine oder fühlst dich alleine und siehst keinen Sinn im Leben, kann ja alles mögliche sein. Ja, kann passieren, auf jeden Fall. Aber schon gruselig, weil dann bist du echt am Arsch. Da gibt es doch diese, wie heißt die Doku bei Amazon oder was? Ich gucke gerne sowas. So ein Sexteil. Sowas gucke ich gerne. So ein Wild Wild. Wirklich? Backwaren war das, wa? Wow, ja. Sowas gucke ich gerne, so Dokus. Das interessiert mich auch sehr. Boah, der schickt mich immer tierisch. Ich bin so. Wenn der mit seinem Rolls Royce vorfährt, irgendwie. Und die alle am Ackern. Alle am Ackern, dann sitzen die da, hören zu und dann finden die das toll. Krass und lassen alles mit sich machen. Ja. Schon krass, der Mensch ist schon sehr beeinflussbar. Wenn ich jetzt hier vorführen würde mit einem goldenen Rolls Royce irgendwie, würden die Leute los sagen, ja. Dann musst du erst mal Gehirnwäsche machen. Dem folgen wir. Nee, erst mal Gehirnwäsche. So schnell geht das ja nicht. Ach so, erst Gehirnwäsche und dann gehe ich ins Autohaus und sage, hier. Du zeigst ja nicht gleich dein Auto. Du musst ja erst mal die Leute abziehen. Also ich fahre erst mal mit dem Mini Cooper vor. Mit dem Fahrrad. Das ist schön bodenständig. Mit dem Fahrrad? In Deutschland läuft es anders. Mit dem Fahrrad. Alles wird gut, sag ich denn. Dann alle Menschen. Hier guckt man, ich habe eine Casio-Uhr für 1990. Sagen die, boah, ist der bodenständig, der hat mit dem Fahrrad. Der ist so, der ist nicht eitel, der ist einfach so bodenständig. Ja. Und dann kommst du mit der Weisheit um die Ecke. Ja. Isolierst dich auch ein bisschen so und sag, ich bin Kröses. Und dann musst du auch langsam sprechen, also nicht hektisch. Nein oder so. Könnte gerne. Ich habe immer so ein bisschen, ich habe so Grunddruck immer so ein bisschen, dass die Leute ein bisschen schneller jetzt hier. Ich muss heute noch ins Autohaus. Also ihr werdet alle heilig gesprochen von mir. Ich muss noch zur Wembe. Ja, darf nicht so schnell gehen. Also du musst die Leute schon richtig. Langsam war, ich hätte keine Zeit für. Ich habe, nee, ich wäre kein juter Sektenanführer. Nee. Ich glaube, die würden. Nee, ich glaube gar nicht. Ich glaube, wenn ich eine Sekte gründe so geheim, die würden sofort merken, was der vorhat. Weißt du? Das ist, glaube ich. Du bist auch ein bisschen zu ehrlich. Funktioniert nicht. Stimmt. Du musst schon lügen können. Kannst du lügen? Flunkern, ja. Nee, richtig lügen. Also richtig dreist. Hätten wir sehr schwer. Wenn es rauskommen würde, wo man dann denkt, nee, Kita, wo kommt das denn her? Wie hast du denn das jetzt? Also als Jugendliche konnte ich das super. Ja. So meine Eltern. Da habe ich immer betuppt. Also wirklich, da habe ich irgendwas erzählt. Da dachte ich, kommst du da drauf? Ja. Auch so in der Hundertstel, wenn die mir was gefragt haben. Du hattest so Schiss. Hast du Geld geklaut auch von deinen Eltern? Von meinem Papa. Ja, der hatte immer ein D-Mark-Dings. Ja. Da dachte ich immer, geil. Na, die hat dann nämlich so... Von zwei Mark Stück, fünf Mark Stück. Ich habe auch geklaut. Und dann kam irgendwann die Phase, da habe ich mich richtig geschämt. Ey, total. Mein Vater hat es auch gemerkt. Also mein Vater hat es gemerkt. Und mein Vater hat mir eigentlich sowieso alles. Also wenn ich was gefragt habe, habe ich es bekommen. Ich habe mich so dann im Nachhinein geschämt. Deswegen dachte ich, die Rückzahlung ist jetzt albern. Mein Vater hat mich gefragt. Ja. Muss ich zugeben, ja. Aber Kindern verzeiht man das denn, oder? Ja. Also wenn ich jetzt meiner Mutter was klauen würde, wäre das vielleicht anders. Ein bisschen blöde. Ein Fünfer da rausnehmen. Warst du das? Nee. Das solltest du ihr geben. Solltest du ihr geben. Weißt du? Nee. Und habt ihr denn da so einen Lutscher in der Hand? Nee? Strange, ne? Das ist man da echt... Ich habe mich so geschämt. Ist auch gut so. Ich habe auch dann immer meine Eltern schlecht gemacht in der Schule als Jugendlicher. Ja, scheiße, meine Mutter hier. Ich habe mich so geschämt. Und dachte, die haben so viel gemacht irgendwie. Mir waren die auch feinlich. War vielleicht nicht immer alle lustig oder so. War nicht immer alle toll irgendwie. Das war wirklich die Schamphase. Mit der Volljährigkeit. Wie alt warst du so? Also zwölf oder so. Oh wow. Jo. Völlig aufmüpfig. Abgehauen. Ja, ich auch. Mit 14. Viel Stress gehabt mit der Polizei. Oh wow, echt? Allerdings war ich immer sehr schnell. Also ich habe mich nie gekriegt. Ich bin abgehauen und bin an der Bushaltestelle gestanden. Und komme aus dem Dorf, ja. Ja. Und mein Vater so mit dem Käfer mich gesucht. Wie, du bist vor der Polizei flüchtet? Nein, nicht auf dem Bus gewartet. Von meinem Vater. Und dann sitze ich an der Bushaltestelle so. Und der ist so. Wohin willst du denn? Man kam auch nicht so weg da. Ja, ich werde von der Polizei jetzt so. Du wartest auf dem Bus. Der kommt in 18 Minuten. Man kam da auch nicht so gut weg. Weißt du, ich wollte so hitchhiking. Ja. Aber da hatte ich ein bisschen Schiss. Hat ein bisschen gedauert. Und dann kam er und er so. Das wäre auch geil. Einsteigen. Banküberfallen und dann auf den N12er warten. Äh, 240er war das bei mir. Von Wermelskirchen nach Köln. Anderthalb Stunden. Wermelskirchen, stimmt. Anderthalb Stunden. Bist du da noch oft? Also, nee, nicht oft. Auch nicht regelmäßig. Was erzähle ich? Nee, aber Mama besuche ich, klar. Ja. Sie lebt ja noch da. Aber oft willst du auch einfach nach Köln. Und dann habe ich Glück, dass ich da nicht hin muss. Köln ist geil. Ja, ist mir lieber als Wermelskirchen. Die Stadt der gekachelten Häuser. Sagt man das? Ja, aber ich werde mich nicht. Ich habe mich hier in ein Nest in die Säden gesetzt. Ich habe mich hässlich geäußert über Köln. Das mache ich nicht mehr. Köln ist so nett. Ich mag die Leute. Das war wirklich cool. Das ist nicht schönste Stadt, aber das habe ich früher nicht gemerkt. Weil wenn Leute nett sind, dann ist das auch schön. Sehr, sehr, sehr nett. Ich sage, es ist egal, was ich jetzt sage. Jeder würde mir sagen, hast du dich schon wieder hässlich geäußert. Es sind sehr, sehr nette Menschen. Okay. Und hier hören wir auf. Danke. Ja, hier hören wir auf. Aber wir gehen da jetzt noch rüber. Wir gehen da jetzt in den, ich muss das, Entschuldigung, ich muss das ablesen, weil das jetzt ein mordsmäßig langer Text ist. Let's go. Wir gehen jetzt rüber zu Feelings Deluxe, exklusiv auf Amazon Music. Schön. Und dann hast du eine Frage noch mitgebracht, wa? Wie habe ich das mitgebracht? Die Frage. Aber die machen wir gleich. Achso, ich dachte, wir gehen jetzt rüber. Nein. Achso, ich war schon ready to go. Ne, wir gehen nur formattechnisch rüber. Wir bleiben sitzen. Okay. Nikita Thompson, danke. Sehr gerne. Danke, dass du da warst. Wir gehen jetzt rüber. Alles klar. Macht's gut, Nachbarn. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ja, geil. Oh, Scheiße. Ist das jetzt schlimm? Ist das jetzt schlimm? Ja, Mann. Mach mal so. Ist nicht schlimm, aber. Kurt Krömer Feelings ist eine Produktion von Studio Bummens und Song Legend für Wondery. Executive Producer für Studio Bummens, Jon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend, Mo Anaisi. Für Wondery Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Lui. Wiebke Holtermann und Inga Wessling haben die Redaktion für diese Folge gemacht. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung.